Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Tag. Hi! Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf eine Runde Vigor mit viel Gunfights, denn die gibt es heute zu sehen. Und mit viel Taktik kommt man auch zu viel Loot. Das ist nichts Neues bei Vigor. Wenn ihr meinen Kanal guckt und wenn ihr meine Videos schaut oder selber Vigor spielt, dann wisst ihr, ohne Taktik ist schwierig, was zu reißen. Heute gibt es Taktik, Gunfights und am Ende sogar noch eine ziemlich, ziemlich spannende, spektakuläre Wendung der Ereignisse. Mehr möchte ich nicht verraten. Also, wenn es euch gefällt, lasst am Ende ruhig noch ein Feedback da. Würde mich über einen Kommentar natürlich wie immer mega freuen. Tue ich wirklich. Und ansonsten würde ich mich freuen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video dann auch wiedersehen hier auf meinem Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Jan Jugo. Und jetzt... Let's go! Okay, los geht's. Wir könnten zum verschlossenen Behälter gehen. Ja, das machen wir auch. Und dann... Dann schauen wir mal, ob wir nicht die Einzigen sind. Ob ich nicht der Einzige bin, der zu diesem Container, beziehungsweise den Blut aus dem Container haben will. Da oben ist schon jemand. Ah, da sind gleich zwei. Verdammt, Panzerplatte vergessen. Dieses Scheiß-Telefon. Jetzt checken wir mal, wo der ist, der andere. Im Container. Oh, da sind sogar noch mehr. Oha, was für ein Massaker hier. Boah, die nehmen wir mit. Ich denke... Das waren erstmal alle, die sich um den Behälter hier kümmern wollten. Oh nein, jetzt steh auf. Wieso? Manchmal verstehe ich... Ich komm nicht... Ich muss raufklettern. Ich komm mit der Kamera nicht hin. Mann, 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 das dauert immer. Aber wir haben den Container. Oh shit, ich muss hier weg. Nicht, dass doch noch jemand kommt. Aber... Da oben war ja auch noch ein Kill. Da müsste ja auch noch eine... Noch eine Deathbox liegen. Aber wie viel kann der schon eingesammelt haben? Da ist auch ein Abwurf gerade am Start, den jemand gefunden hat. Heftig, heftig, heftig. Ne, wieso? Moment mal. Ja doch, was kann ich sagen. Da ist doch einer. Da ist jemand... ...mit einem Abwurf. Hier müsste irgendwann noch eine Deathbox liegen hier. Okay, da war... ...wie vermute nicht viel drin. Okay, wow. Das war auf jeden Fall krasser Gunfight gerade. Er wird hier raus. Er wird... ...er wird hier raus wollen mit dem Abwurf. Wir könnten versuchen, ihn abzufangen. Kommt er hier wirklich? Nein, er geht... Ah, er geht hier runter. Richtung Signaldetektor. Oder auch nicht. Wir versuchen es mal. Und rennen mal Richtung Ausgang weiter. Eventuell entscheidet er sich noch um. Die halbe Map wurde ja gerade schon am Container ausgeschaltet, sozusagen. So, äh, wo ist er? Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Aber wo ist er? Holy shit. Holy shit, Leute. Wo ist der Abwurf? Hä? Was? Wo ist seine Deathbox? Wo ist seine Deathbox? Hier. Ach, sie ist unter Wasser. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oh, wir müssen was rauslöschen. Oh, jetzt schnell, Leute. Chemikalien. Scheiß auf die ganze Munition. Ich brauche die Chemikalien. Und den Rest und raus. Oh mein Gott, das war ja krass. Alter, wie heftig. Ciao. Oh mein Gott. Was für eine geile Runde. Oh mein Gott. Was für eine geile Runde.